Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Pre-Sale bzw. sogar Seed Sale Video. Ja, wir schauen uns heute Obios etwas genauer an. Ist noch relativ, ich sag jetzt mal, neu auf dem Markt bzw. fängt jetzt erst wirklich die Marketing-Serie hier wirklich an. Deswegen wahrscheinlich bei vielen noch draußen unbekannt. Wir schauen uns auf jeden Fall heute mal an, was das Projekt kann, wie es, sag ich mal, technisch gesehen aussieht, was es uns, sag ich mal, für die Zukunft bringen kann und wie natürlich ihr profitieren könnt vom Seed Sale und wie persönlich ich auch in diesen Pre-Sale bzw. Seed Sale investiert bin und welche Pläne ich damit verfolge. Gut, doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin und damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt Obios genauer an. Obios wird wahrscheinlich wirklich vielen noch nicht sagen. Man hat sich hier auf ERP, das heißt Enterprise Resource Planning, sorry für mein schlechtes Englisch, das heißt im Endeffekt Buchführung im Unternehmen spezialisiert. Heißt, man will hier die ganzen Sachen, die alle noch, ich sag jetzt mal, analog hier passieren, richtig ins Web3, ins Cryptospace und alles bringen und das natürlich auch kostengünstig. Vor allem, was mich hier überzeugt hat bzw. wie das alles laufen soll, dieses auch für kleine Unternehmen, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Friseurläden oder so Einzelhandelsunternehmen, versucht man hier wirklich mit einfachen Mitteln alles auf der Blockchain zu machen. Es muss nicht dezentral sein, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es kann dezentral gespeichert werden, muss aber auch nicht und das natürlich auch kostengünstig, die Unternehmen hier auf Web3 vorbereitet werden. Finde ich echt eine gute Sache. Ist auch so, ich sag jetzt mal so, bis jetzt noch eine riesige Marktlücke. Ist vielleicht so ein kleiner Aspekt, den vielleicht viele nicht beachten, deswegen hat mich dieses Projekt überzeugt. Wir gehen hier ganz kurz mal aufs Team, schauen uns das mal ganz kurz an. Felix Gladden ist der CTO, Phil Harkin ist der CEO, also auch ein deutsches Unternehmen, muss man auch dazu sagen. Also es ist alles auf dem deutschen Sprachraum gestaltet, auch wenn die Website hier in Englisch ist und so. Aber alles schön gedetoxt auch, alles schon mal ein bisschen durchgeglotzt. Und ja, was will man im Endeffekt angehen? Und wie gesagt, man will hier Kosten sparen, man will versuchen, alles so gut wie kostenlos auch zu machen. Zum Beispiel bei einer Buchführung oder sonstiges, nicht, dass man hier Rechnungen schreibt und so eine Rechnung kostet 5 Euro. Da kommt es natürlich dann auch darauf an, welche Blockchain wird genutzt. Und hier wird nicht Ethereum oder sonstiges genutzt, hier wird Constellation genutzt. Constellation, vielleicht noch für viele relativ unbekannt. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Es gibt schon ein längeres Projekt, ich glaube seit 2018. 65 Millionen oder 63 Millionen Market Cap. Hat auch seinen Bullrun gehabt, danach abverkauft. Diese bieten aber hier kostenlose Transaktionen an. Und deswegen hat man sich hier für, wo steht es denn nochmal? Ich glaube irgendwo hier stand es genau. Constellations Hypergraph ist, it is 100% accessible and with null, also zero fees. Finde ich sehr, sehr gut. Damit vermeidet man natürlich auch wie auf einer Ethereum Blockchain, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier 3 bis 4, 5 Dollar oder Euro. Auch Gebühren ist natürlich für kleine Unternehmen absolut uninteressant. Also lohnt sich für kleine Unternehmen nicht wirklich. Deswegen hier Constellation genommen. Mit null fees und sonstigen finde ich eine gute Alternative. Es ist aber, und da habe ich mich auch schon ein bisschen erkundigt, es ist geplant, zukünftig Cross-Chain zu machen. Heißt, auf mehreren, auf Polygon oder sonstigen B&B, was weiß ich, alles Mögliche soll hier zukünftig dann noch, sag ich mal, mit untergebracht werden. Man will sich nicht nur auf Constellation Deck, also DAG festlegen, sondern man will hier wirklich Cross-Chain machen. Viele Transaktionen oder viele Möglichkeiten werden hier zukünftig gegeben. Das ist jetzt erstmal so zur Website, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, muss man schon sagen, kurz und knapp. Deswegen blicken wir mal ganz kurz ins, wo haben wir es, ins White Paper. Genau, was wird noch so geboten? Es soll ein ERP Marketplace geben. Das heißt, alles, was da eventuell nicht ausreichend ist, eben mit Obios, soll es da noch ein Marketplace geben, wo sich verschiedene Entwickler dann zusammentreffen können. Finde ich auch eine gute Sache. Also das heißt, hier wird schon viel gemacht, auch gearbeitet. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wo haben wir es? Ne, das wollte ich noch nicht. Genau, hier sind noch die ganzen Partner. Gut, man kann halten, was man will davon, aber Ministerium für Wirtschaft, Industrie in Nordrhein-Westfalen, IHK Nordrhein-Westfalen ist jetzt vielleicht nicht so die besten Partner beziehungsweise Supporter hier. Aber Morpheus Network, was ja auch so ein bisschen als V-Chain-Alternative oder V-Chain-Gegner gesehen wird, auch auf dem Kanal, habe ich das ja schon öfters gesagt, und Allianz-Blog, das würde ich jetzt mal ein bisschen rausnehmen. Die hatten jetzt vor kurzem einen Hackerangriff. Sind aber schon wieder dran, alles wieder neu zu machen, beziehungsweise da auch ziemlich safe. Also große Partner hier auch am Werk. Man hat hier schon einen Einblick auch, wie das zukünftig aussehen soll. Gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Also so wie das dann auch für die Kunden oder halt für die Hosts im Endeffekt dann aussieht, gefällt mir richtig, richtig gut hier, das ganze Projekt. Wie gesagt, es ist einerseits für kleine Händler, andererseits aber auch für große, die noch nicht wirklich Web3 oder sonstigen Cryptospace, sage ich mal, integriert sind, ist es ein sinnvolles Produkt. Und sowas gibt es momentan zumindest noch nicht so, was so die Alternativen auf dem Markt sind. Deswegen haben die sich darauf versteift. Und ja, dann gucken wir nochmal ganz rüber kurz ins White Paper, weil jetzt wird es noch ein bisschen interessanter, und zwar die Tokenomics. Wir haben hier insgesamt 250 Millionen Token, OBS-Token, ja, OBS, genau, OBS-Token, die es geben soll. Wir sind jetzt momentan, und deswegen habe ich am Anfang vom Video schon gesagt, Seed Sale sind 5% werden hier verkauft, 12,5 Millionen Tokens. Dann gibt es noch den Private Sale mit 13% in Form von 32,5 Millionen Tokens und den Public Sale mit 2%, die 5 Millionen. An Steam gehen 9%, ist okay, Marketing 14%, könnte meines Erachtens nach sogar ein bisschen höher sein, vielleicht so um die 20%, aber gut, sehen wir dann, Reserves sind 5% und Staking 35% finde ich jetzt auch nicht verkehrt, weil man so ein bisschen entgegenwirkt, dass hier gleich im Endeffekt der Preis, sobald hier wirklich dann Listing ist oder sonstiges, dass es hier sofort gedumpt wird. Ich glaube, Listing sollte drittes oder viertes Quartal sein. Denn ihr kennt das zum Beispiel von Eternal Life oder Renegade, was ich hier schon vorgestellt habe. Alle so gegen Ende des Jahres. Gut, man versteht, wir haben noch einen Bärenmarkt, da muss man sowieso immer noch ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen verstehe ich das absolut, dass man sich hier ein bisschen erst später darauf versteift, beziehungsweise hier den Token zu launchen. Gut, dann kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, und zwar das Vesting. 20% wie gesagt werden im Private Sale, beziehungsweise Seed Sale verkauft. Und hier unten ist auch schön aufgesetzt, wie, sag ich mal, der Token oder wie lange das Vesting andauert. Man sieht es hier im Seed Sale, das heißt, wir sind ja momentan im Seed Sale, was hat man, ich glaube, 12,5 Millionen, genau 12,5 Millionen, sind die ersten 12 Monate gelockt. Und am 12. Monat kriegt ihr 50% und dann nach 18 Monaten auch wieder 50%. Im Private Sale ist natürlich dann auch der Preis ein bisschen teuer. Man sieht es hier, im Seed Sale 5 Cent, im Private Sale 10 Cent und im IDO 18 Cent. Und da geht es halt jetzt ein bisschen darum, wie fährt man hier die beste Strategie, um am wenigsten Risiko zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich hier dreimal einsteigen werde. Das ist jetzt so ein bisschen so einfach so meine Idee dahinter, weil, wie gesagt, alles ist gelockt mindestens ein Jahr. 50%, ein Jahr und dann nochmal für insgesamt 18 Monate nochmal 50%. Im Private Sale kriegst du dann, sag ich mal, alle drei Monate, beziehungsweise wenn das Listing ist 15%, nach drei Monaten nochmal, nach sechs Monaten. Das heißt, man kann hier autark immer mal zumindest ein bisschen Gewinne realisieren. Und das finde ich dann zum Beispiel für mich persönlich ein bisschen besser. Das heißt, ich habe mich hier dafür entschieden, in drei Steps einzusteigen. Ich werde auf jeden Fall im Seed zählen. Man muss halt starke Nerven haben. Aber gut, man guckt sich hier das Team an. Das Team darf erst nach sechs Monaten 10% verkaufen, auch erst nach zwölf Monaten 30% und dann 18 und 24 Monaten. Das heißt, man sollte hier spätestens dann nach zwölf Monaten zumindest sein, Invest wieder raus haben, wenn das Projekt nicht scheitert, was ich momentan ehrlich gesagt nicht davon ausgehe. Wir haben eine Circulating Supply am Anfang von 9,87, dann 14,75 und dann immer so weiter 49 Millionen dann nach zwölf Monaten. Das heißt, es wird ewig dauern, bis hier überhaupt mal alle Token im Umlauf sind. Aber mir gefällt die Tokenverteilung. Wie gesagt, bis auf das Marketing könnte ein bisschen höher sein. Aber das ist jetzt erst mal so mein Step. Das heißt, ich werde im Seed Sale Betrag X investieren, Private Sale und im IDO. Dann hat man hier drei Steps, kann dann auch sofort wieder im IDO verkaufen. Das ist mir sehr, sehr wichtig an dem Ding. Aber wie gesagt, alles no financial advice, by the way. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Informiert euch auf jeden Fall nochmal selber über dieses Projekt. Ich bin auf jeden Fall erst einmal davon überzeugt. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt mal auf die Obios Website. Können wir uns auch mal ganz kurz hier angucken. Ihr kennt es schon von Renegade, beziehungsweise von Eternal Life. Diese Website, da seht ihr dann im Endeffekt ganz easy. Ein OBS, also ein Obios Token für 5 Dollar Cent. Momentan, obwohl das Marketing noch nicht gestartet hat, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, sind hier schon 10% weg erst einmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr hier das kaufen wollt, ihr müsst KYC machen. Ganz, ganz wichtig. Hier, leider, manche sagen leider, manche sagen so. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Vorteil oder keinen Nachteil. Dann klickt ihr einfach auf Buy Token Now. Ganz easy. Ich habe auch den Link unten in die Videobeschreibung gepasst. Und dann habt ihr hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr investieren könnt. Ihr könnt US-Dollar, Euro, BTC, Ethereum. Gut, Ethereum würde ich nicht, aufgrund Gebühren. Bitcoin würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Aber USDT oder BNB, USDC, BUSD. Also ihr habt hier viele, viele Möglichkeiten, wie ihr im Endeffekt hier einkaufen könnt. Ihr müsst mindestens 100 US-Dollar investieren bei dem Seed Sale eben. Das heißt 2000 OBS. Ihr kriegt aber dann schon mal 500 Sale-Bonus. Das gilt bis 31. März. Also für mich persönlich interessantes Projekt mit dem Erb. Auch mit den kostenlosen, sage ich mal, Fees auf Constellation. Finde ich sehr, sehr gute Lösung, dass man hier nicht auf Ethereum oder sonstiges. Aber wie gesagt, es wird Cross-Chain geben. Und ich finde es auch wichtig, dass sich hier Krypto-Projekte auf die Zukunft, sage ich mal, auch in Einzelhandelsunternehmen oder sonstiges konzentrieren. Klar, es geht nicht nur um Einzelhandelsunternehmen. Es geht auch um große Firmen, die hier dann irgendwann OBIUS nutzen können. Wie gesagt, man hat auch diesen Marktplatz, wo sich dann verschiedene Entwickler und sowas nochmal austauschen können. Also ich finde das Projekt wirklich top, muss ich echt sagen. Mir gefällt deutsches Entwicklerteam. Viel Support, auch durch Morpheus. Auch wenn man, was man davon halten will, Nordrhein-Westfalen und sowas. Was weiß ich. Team dahinter, auf jeden Fall gedetoxt. Projekt an sich, mega stark. Gutes Nischenprodukt. Aber wie gesagt, es muss hier immer darauf hingedeutet werden, es ist immer noch ein Seed-Sale bzw. Pre-Sale. Und ein Risiko besteht immer. Deswegen niemals mehr, als man bereit ist zu verlieren, investieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie viel ich im Endeffekt investieren werde. Ihr wisst, bei Eternal Life waren es knapp 1.000, bei Renegade waren es 1.000 durch die Founderkarte. Wahrscheinlich werde ich mich dann auch irgendwie in diesem Umfang, aber auf zeitlicher Sicht hingesehen, dann einpendeln, aufgrund, wie ich gesagt habe, Seed-Sale, ein Teil investieren, dann in den Pre-Sale und dann IDO nochmal. Aber wie gesagt, das werde ich dann alles noch bekannt geben. Wenn euch dieses Projekt interessiert, ich packe euch alle Links, auch den Link zur deutschen Telegram-Community. Die gibt es jetzt auch seit neuestem. Vorher gab es nur eine englische, aber ist auch alles wirklich human. Man hat hier eine englische Telegram-Gruppe, ich glaube mit 650 Mitgliedern. Absolut okay. Keine Boz. Ich bin da auch schon längere Zeit drin gewesen, einfach mal um zu gucken, geht da auch was. Da ist wirklich viel Bewegung drin. Jetzt wird die deutsche Dach-Community gerade gebildet. Auch hier relativ neue Gruppe. Werde ich euch alles unten in die Videobeschreibung reinpacken. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch das Projekt interessiert, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, macht aber wie gesagt euren eigenen Research. Ich finde es ein top Projekt. Natürlich, wie gesagt, nur das Investieren, was ihr bereit seid zu verlieren. Und dann war es das auch von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gerne dem Video ein Like da lassen. Gerne teilen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, wir hören uns dann zum nächsten oder sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.